Hallo und herzlich willkommen zum weiteren Thema Mobbing. Heute teilen wir euch mit, wie man anderen, die gemobbt werden, helfen kann. Verbreitet nicht Bilder und Filme. Teilt sie nicht auf Facebook. Setzt zur Not einen positiven Kommentar darunter. Sagt, hey, der Klaus, den kenne ich. Du hast zwar eine unglückliche Situation, das Bild, aber den kenne ich, ist ein cooler Typ, ein super Freund und du findest schade, dass solche Bilder im Internet sind. Setze dich ein für die Person. Sei ein Freund. Hole ihn aus Gefahrensituationen heraus. Wenn du siehst, er wird gemobbt, geh hin. Finde eine Ausrede. Hey Klaus, du wolltest mit mir durch Mathe lernen. Ich habe gerade Zeit, komm mit mir mit. Teile es den Eltern und den Lehrern mit. Viel Spaß und danke für eure Hilfe.